Ich mach's kaputt! Ich heiße Ralf. 30 Jahre mach ich das jetzt. Reparier's hier! Ich krieg das wieder hin. Gut. Böse. Ich will einfach nicht mehr der Böse sein. Randale Ralf ist der Bösewicht aus diesem alten Spiel. Ah! Es ist Ralf! Ralf. Er wirkt zunächst sehr grob, ist aber ein sehr liebenswerter Kerl. Er ist eigentlich nicht sehr raffiniert. Er will nur mehr sein wie der Gute in Fix It Felix Junior seinem Spiel. Felix! Du wirst auf der Tanzfläche gebraucht! Fix It Felix ist einfach der netteste Typ der Welt. Mein Kubertisch ist etwas eingerostet. Warum muss ich alles reparieren, was ich anfasse? Wir erleben dabei... großartigen, temperamentvollen Humor. Vanellope ist die Hauptfigur aus Sugar Rush. Sie ist ein Glitch. Bei dir ist der Unfall vorprogrammiert! Ralf und Vanellope mögen sich nicht besonders. Aber sie stellen langsam fest, dass sie viel gemeinsam haben. Kalun ist eine knallharte Kommandantin aus Heroes Duty, ähnlich einem Halo-Action-Spiel. Es ist Zeit, eure Mama stolz zu machen! Ich liebe meine Mama! Die Zuschauer gehen auf eine Reise durch die Welt der Computerspiele. Feierabend! Aber was einen wirklich überraschen wird, ist die Herzlichkeit und die Emotionen, die in dem Film stecken. Weil du bezaubernd bist! Weil ich bezaubernd bin! Die Schrift war so schnell! Alles, dass du ihn nennen. Die Schrift war so schnell gestern. Das war so schnell. D衣chen und D衣chen.